Mein Fernsehen ist irgendwie genau das, was ich fühle. Mal ist es Freude und Begeisterung, mal ist es Spannung pur. Mein Fernsehen hat, was andere gerne hätten, und zwar zuerst. Und mein Fernsehen ist live. Manchmal macht's mich nachdenklich. Oft bringt's mich zum Staunen, aber es lässt mich immer wählen, das zu sehen, was ich sehen will. Mein Fernsehen schenkt mir besondere Fernsehmomente. Meine Momente. Mein Fernsehen ist HD. Mein Fernsehen zeigt mir immer etwas Neues, jeden Tag. Mein Fernsehen ist besonderes Fernsehen. Mein Fernsehen ist geil.